Herr Romanwick, was für eine Geschichte heute mal bosswärts? Das ganz wichtige Sieg, das Break. Wie sieht ihr das nächste Spiel in dieser Serie? Ja, weiterhin hart. Lausanne ist eine sehr gute Mannschaft und ich denke, wir werden sicher das beste Lausanne im nächsten Spiel sehen. Ich habe im Kommentar gesagt, so wie ihr heute gespielt habt, nicht nur wegen eurem Goal, seid ihr natürlich eine richtige, gute, super Verstärkung. Ich meine, jemand wie Roman Wicke im vierten Block bei der ZST Lines. Macht noch etwas Lust auf mehr, oder? Ja, jetzt zuerst mal die Playoffs spielen. Nein, aber du siehst schon richtig, es macht recht Spass in der Linie zu spielen. Wir finden, glaube ich, immer etwas besser zueinander. Aber ich meine, allgemein, wir haben heute eine super Teamleistung gezeigt. Wir sind sehr gut gestanden, hinten sehr kompakt. Wir haben ihnen nicht viel gegeben, vielleicht Schüsse von aussen, aber ich kann mich jetzt nicht an eine riesige Chance von ihnen erinnern. Und das ist der Weg, den wir auch weiter spielen wollen. Merci vielmals. Merci.